Halleluja, wir grüßen euch herzlichst aus Uganda. Hier ist unser neuer Chor, der wird jetzt in einem Monat nach Europa fliegen, um die Herzen vieler Menschen dort mit der Liebe Gottes zu berühren. Und wir freuen uns unwahrscheinlich auf deinen Besuch. So komm mit Mama, Papa, Oma, Opa, alle werden sich an diesem Konzert wirklich von Herzen erquicken und fröhlich nach Hause gehen, das garantieren wir euch. Herzliche Grüße noch einmal und Shalom! Aida, Hope, Mariam, Ryan, Maria, Abraham, Lawrence, Linda, Grace, Gift, Adrian, Joyce, Susan, Jovia, Louise, Abdallah, Tabitha, Gift, Fahad. Mein Name ist Tom Disha Jocelyn. Ich war in Europa 10 Jahre vor. Jetzt komme ich zurück als Kindheit wieder. Ich war 8 Jahre vor, aber jetzt bin ich 18 Jahre alt. Und ich freue mich auf die gute Fahne und die gute Straßen. Mein Name ist Sylvia Kayesu. Ich war in der Kirche 10 Jahre vor, und ich war 12 Jahre alt. Jetzt bin ich 20 Jahre alt und ich freue mich auf Sie. Wir sehen uns. Wir freuen uns zusammen. Wir tanzen zusammen. Don't miss it. Wir all love you. Hallo, ich bin Theresa Mosmeyer. Wie man an meiner Stimme hört, sind wir hier kräftig am Proben mit den Kindern aus dem Vision Choir. Und wir freuen uns total, euch alle in Deutschland auf der Tour zu sehen. Bis bald! Mein Name ist Gandhi Hope. Ich bin glücklich zu sehen. Ich bin glücklich zu sehen. Bless Sie. Hallo, liebe Freunde. Mein Name ist Patrick Bruni. Together mit meiner Frau und der Team von Menschen, die wir haben, und der Hilfe von Mama Maria, und viele, viele Freunde aus Deutschland und hier in Uganda. Wir vorbereiten die Kinder zu fliegen auf der Fahne und bleiben in Europa bis Ende Juni, um zu ministieren, zu bedanken für die Sponsorships, um zu bringen die Presse von Gott, um zu tanzen zusammen. Und wir hoffe, dass Sie kommen und wir genießen, mit Ihrer Familie, mit Ihren Eltern, mit Ihren Eltern, mit Ihren Bösen, mit Ihren Bösen, mit Ihren Arbeit. Wir freuen uns auf dich wiedersehen. Und bitte, nicht missen, Afrika ist Coming Your Way. God bless Sie.